Massiv Holzfronten überzeugen mit naturbelassener Optik und wohnlichem Flair. Massachung und Farbton machen aus jeder Küche ein Unikat. Die Vorteile sind unempfindlich, gegen Fingerabdrücke, ein gesundes Raumklima. Als lebendiger Werkstoff kommt Holz immer in Bewegung, wenn es immer wieder feuchte und trockene Luft ausgesetzt ist. Daher beim Kochen immer die Dunstabzug sauber anschalten und frische Luft reinlassen. Die Nachteile sind aufwendig in der Pflege, die Holzfronten müssen regelmäßig geölt oder gewachst werden, die Flecken müssen zeitnah gereinigt werden, Licht- und Sonneneinstrahlung beeinträchtigen die Farbe. Aber für alle Liebhaber von Holz ist das genau die richtige Küche. Wir geben in den Kategorien Reinigung 2 Sterne, Kratzfestigkeit 1 Stern, Stoßfestigkeit 1 Stern und Design ganz klar 5 Sterne. Eine Holzküche strahlt Wärme und Natürlichkeit aus. Wir empfehlen einer Holzküche Kunden, die sich der Pflege bewusst sind, aber trotzdem den Stil von Holz schätzen.